Ich spiele den Karim. Es gibt ja nicht so einen Zufall, der Sinan und der Karim kommen auch aus Syrien. Der dann auf einer Flucht ist und ja, ich gehe dann halt immer mit ihm so durch die Welt und dann treffen wir auf die beiden in der Scheune und dadurch kommt halt so ein Abenteuer und dann lerne ich halt die ganzen Mädchen kennen und mache mich auch so ein bisschen an die ran. Mädchen sind schon kompliziert, das muss man zugeben, für Jungs auf jeden Fall, aber sonst, ich bin jetzt sicher jemand, der sagt, ii, ein Mädchen. Guck dir die Mädchen an, ey. Also ich komme mit Mädchen auch so gut klar. Ja, ich nehme seit einem halben Monat oder so Tanzunterricht und da machen wir eigentlich noch Choreografien. Und vor allem, weil mir das Tanzen total Spaß macht und ja, sonst war eigentlich alles leicht und cool. Kannst du dir sowas für jede vorstellen, so als Fenster? Ja, das wäre mein Traumberuf. Ich rufe und ich denke, dass ich renge, doch ich nick, ganz geschickt. Da war ein paar Military-Videos. Ja, das wäre mein Traumberuf.